Tipps und Tricks zur Immobilienfinanzierung. Wenn du wissen willst, wie du deine Immobilienfinanzierung bis ins letzte Detail optimieren kannst, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir sprechen jetzt in diesem Video über drei gängige Varianten zu Immobilienfinanzierungen. Langfristig halten, die andere ist kurzfristig, mittelfristig halten, die andere ist kurzfristig, mittelfristig halten im großen Stil, Expert Level. Das ist ein bisschen komplizierter, aber trotzdem erkläre ich euch das mal, wie das funktionieren kann. Und da ist für jeden was dabei, denke ich mal. Man kann sich da auch durcharbeiten. Ich würde auch nicht empfehlen, direkt mit dem schwierigsten Zeug anzufangen, sondern eher einfach anfangen, mal ein bisschen reinkommen in den Flow. Wenn das was für dich ist, wenn es dir Spaß macht, kannst du das nächste ausprobieren und dann weitermachen, anstatt halt direkt zu übertreiben. Das erste Thema ist die langfristige Immobilienfinanzierung mit einem annuitätischen Darlehen. Das heißt, du kaufst eine Immobilie, da ist ein Kredit drauf, der Kredit wird zurückgezahlt an die Bank über eine vorher definierte Laufzeit. Die ist in der Regel zehn Jahre. Zehn Jahre ist so Standard. Bei den Niedrigzinsphasen gab es ein paar richtig schlaue Füchse, die haben sich die Zinsen auf 15 oder 20 Jahre gesichert. Ich habe auch ein paar 15-Jahres-Finanzierungen, aber halt nicht so viele. Die meisten sind auf 10. Das ist auf jeden Fall richtig geil, wenn man das gemacht hat. Und wie funktioniert das Ganze? Du nimmst die Immobilie her, da gibt es einen Kaufpreis und einen Wert bei der Bank. Die Bank nimmt einen Wert an, der ist mit einem Abschlag vom Kaufpreis in der Regel und dann wird der Kaufpreis der Immobilie oder der Wert von der Bank oder auch ein bisschen mehr mit den Kaufnebenkosten wird dann finanziert. Das hängt davon ab, wie viel Wert die Bank der Immobilie zuschreibt. Wenn dann nicht ganz der Wert gedeckt ist von der Finanzierung, die abgerufen werden soll, dann gibt es einen gewissen Betrag, der kann offen bleiben. Das nennt sich dann Blanko-Anteil. Und wenn der Blanko-Anteil zu groß ist, also ein bisschen Blanko-Anteil ist ja kein Stress, das heißt nur kein nicht gedeckter Kredit, weil die Sicherheit der Immobilie nicht ausreichen würde im Verkaufsfall, den Kredit zum Zurückzahlen, theoretisch, praktisch sieht es natürlich immer ein bisschen anders aus, aber so wie wenn es quick and dirty verkauft werden soll. Und dieser Differenzbetrag muss, wenn er zu groß ist, durch Eigenkapital ersetzt werden, also gedeckt werden. Und da kannst du entweder ein bisschen was anzahlen, das ist die eine Variante, oder du kannst einfach irgendwie eine Zusatzsicherheit hinterlegen, aber dazu dann später mehr, weil das betrifft eigentlich alle drei Varianten. Das ist so die erste Variante. Annuitätisches, langfristiges Darlehen. Du kaufst eine Immobilie im Buy-and-Hold-Bereich, rechnest die einmal durch. Wie viel Miete kommt da rein? Wie viele Kosten stehen dem gegenüber? Wie viel kann ich abschreiben? Und wie viel bleibt am Ende des Tages übrig? Und das wird dann einfach zehn Jahre kalkuliert. Einfaches Beispiel. Umso höher die Rendite, umso höher die Miete, desto mehr Aufwand mit den Mietern. Umso niedriger die Miete, desto weniger Aufwand mit den Mietern. Und das Ding läuft dann einfach passiv, Buy-and-Hold durch. Hundertprozentig passiv sind Immos nie. Das sind nur andere Investments. Kann man nicht im Detail vergleichen, aber dafür hat man da mehr Control über sein Asset. Zweite Variante ist die, und zwar geht es darum, du willst eine Immobilie kaufen, aber wieder weiterverkaufen irgendwann, vielleicht auch kurzfristig oder mittelfristig. Da kann man entweder sich entscheiden, diese 10-Jahres-Finanzierung vom Anfang auf einen kürzeren Zeitraum festzuschreiben. Zum Beispiel drei, zwei oder fünf Jahre, je nachdem. Da hat man halt aber das Thema, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung kauft, die renovieren will und wieder verkaufen will, dann weiß die ja schlecht, wann ist die denn fertig. Wenn man die jetzt aber schon vorher sagen muss, da verkaufe ich die dann, das weiß doch kein Mensch. Deswegen gibt es diese zweite Variante, und zwar die variable Finanzierung. Das heißt, der Zinssatz ist ein bisschen höher, weil ein 10-Jahres-Zins, der berechnet sich aus dem Swap-Satz, da mache ich mal einen Link unten zu rein, wo man den sehen kann, das ist der 10-Jahres-Swap-Satz plus ein Zuschlag, was die Bank als Marge draufhaut. Und beim variablen Bereich ist die Basis eine andere. Da ist meistens dann der Euribor, das ist auch so ein Graph, den man sich anschauen kann, und da kommt dann der Aufschlag drauf. Aber ein bisschen höherer, da ist so eine bisschen höhere Belastung. Aber wenn du vorzeitig verkaufst, bei Variante 1, musst du die Zinsen, die der Bank flöten gehen, weil die rechnet ja auch mit 10 Jahre Einnahmen, deswegen kriegst du ein bisschen besseren Preis, ein Abo sozusagen, weil du lang dich bindest, kriegst du ein bisschen Discount pro Monat. Und wenn du es dann verkaufst, dann musst du die entschädigen, die Bank. Beim variablen musst du die nicht entschädigen. Und zwar hältst du die dann, musst du die nicht entschädigen, aber dafür hast du einen höheren Zins immer schon monatlich und manchmal fällt auch schon eine Bearbeitungsgebühr vorweg mit an. Mit den Sicherheiten ist es ähnlich oder gleich wie bei einem festgeschriebenen Thema. Und der Hauptvorteil ist der, dass du relativ flexibel wieder verkaufen kannst, musst aber eine Grundschuld auf das besagte Objekt eintragen. Grundschuld heißt Sicherheit für die Bank, dass sie die Immobilie ziehen kann, wenn du nicht mehr zahlungsfähig bist. Kommen wir zur dritten Variante. Und zwar ist das die KK-Linie oder Kreditlinie oder wie man es auch nennen mag. Das heißt, du verhandelst mit der Bank einen Verfügungsrahmen. Das ist nicht eine Kreditkarte, sondern ein Verfügungsrahmen, mit dem du als Immobilieninvestor, Händler, Bestandshalter oder sonst was Immobilien ankaufen kannst, ohne jedes Mal einen Kredit zu vereinbaren. Wenn das sich in dem Rahmen bewegt, ist das dann ganz einfach möglich. Zum Beispiel, du hast eine Linie über 500.000 Euro, okay? Dann hat die Bank dir die Bewilligung gegeben, 500.000 Euro zu verfügen, ohne die Objekte zu besprechen im Detail. Also du musst da nicht die Unterlagen alle einreichen und sonst was. Du kannst es da einfach reinkaufen zum Zweck des Immobilienkaufs als Beispiel. Aber du musst irgendwie auch eine Sicherheit zur Verfügung stellen, dass du wirklich auch dafür da bist, wenn halt die Immobilie nicht mehr so läuft, wie du es dir vorstellst. Das heißt, es müssen Zusatzsicherheiten hinterlegt werden. Dieser Betrag, der dir freigegeben wird, muss mit anderen Assets besichert werden. Bei der ersten und zweiten Variante werden die Darlehen jeweils mit dem Finanzierungsobjekt besichert. Bei der dritten Variante gibt es auch eine Sicherheit, aber nicht das Objekt, das gekauft wird, dient als Sicherheit, sondern ein Fremdes oder ein Aktiendepot oder ein Girokonto, das dann aber verpfändet ist. Das heißt nicht, das ist nicht mehr deins, sondern das heißt nur, solange du diesen Rahmen besitzt, hat die Bank die Verfügungsgewalt darüber, falls was schiefläuft. Wenn das ein eh langfristiges Aktiendepot ist, spricht da ja nichts dagegen, das als Sicherheit zu hinterlegen. Wenn du als Beispiel eine halbe Million Linie hast, wie viel Sicherheit dafür hinterlegt werden muss, das ist auch wieder Verhandlungssache. Es gibt ein bisschen Blanko-Anteil vielleicht, wenn du gut bist, wenn nicht, dann musst du halt die komplette halbe Million hinterlegen, je nachdem. Kommt drauf an. So, jetzt zu den Tipps, wie man sich da noch optimieren kann in dem ganzen Fall. Und zwar haben wir jetzt auch in den Kommentaren das letzte Mal, die letzten paar Videos ein bisschen drüber diskutiert gehabt mit ein paar Zuschauern von euch. Ja, Aktien sind ja viel besser, Immo sind ja viel aktiver und so weiter. Da gebe ich euch bei allem recht. Das ist ein ganz anderes Investment. Man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Es gibt Vor- und Nachteile von allen Investmentklassen. Ach übrigens, wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast zu dem Video, dann würde ich dich bitten, also generell bei allen, immer die Time-Tags reinzuschreiben. Zum Beispiel 5.38, dann klicke ich drauf und kann kurz nochmal schauen, um was es da ging, dass ich viel besser darauf eingehen kann. So, jetzt mit den Tipps. Also 1, 2 Variante, da muss man ja gegebenenfalls eine Zusatzsicherheit einbringen zu der Immobilie. Das ist eine Zusatzsicherheit, ja zusätzlich zu der Immobilie und das kann man in Form von einem Aktiendepot als Beispiel machen. Ja, das ist jetzt der Kniff, den ich gerade schon mal angerissen habe. Du hast dann halt ein Aktiendepot, hast die Vorteile von Aktieninvestments kombiniert mit der Immobilie und das Aktiendepot, wenn du zum Beispiel 50.000 Euro drin hast, ist aber nicht 50.000 Euro wert, sondern es ist weniger wert. Wenn Aktien drin sind, das ist 50% oder so, kommt drauf an auf die Aktien. Manche sind auch schlechter bewertet. Wenn das ETFs sind, sind die teilweise auch 80% bewertet, aber nicht alle sind so gut bewertet. Muss man vorher besprechen, welche Aktien wie viel Wert haben und dann muss man, wenn du zum Beispiel 50.000 Eigenkapital anzahlen musst, kannst du 50.000 anzahlen. Okay, du kannst 50.000 aber auch hinterlegen auf dem Depot, ähm, du kannst 50.000 aber auch hinterlegen auf ein Girokonto und das verpfänden, sodass die Bank darauf zugreifen kann, wenn es schief läuft. Du kannst aber auch ein Aktiendepot im Wert von 50.000 hinterlegen, aber das sind dann nicht 50.000 im Depot drin, sondern faktorisiert halt mit den Abschlägen, die es da noch gibt, zum Beispiel 50.000 wert sein soll, muss vielleicht 70.000 oder 80.000 drin sein, je nach Aktientiteln. Und dann kannst du das auch als Zusatzsicherheit benutzen und dafür einen höheren Kredit finanzieren, den du dann auch wieder steuerlich geltend machen kannst. Zusätzlich gibt es noch einen weiteren Tipp, wenn man zum Beispiel den Cashflow nicht tilgen will, weil manche sagen, ja, die Tilgung ist ja voll die schlechte Rendite. Man kann auch das verpfändete Depot hernehmen und einen Sparplan reinlaufen lassen mit den überschüssigen Mieteinnahmen, sodass du nicht die Miete bekommst und damit die Tilgung abführst an die Bank, sondern dass du mit dem Cashflow neue Aktien nachkaufst und dementsprechend deine Sicherheit erhöhst und bei weiteren nächsten Investments wieder darauf zugreifen kannst. Das waren so die zwei Easygoing-Tipps, die man benutzen kann. Und der Trick 17 ist noch der, du kannst noch festhalten, sobald ein gewisser Betrag getilgt ist, sobald der Immobilienwert über X ist oder sonst was, kannst du verschiedene Sachen festhalten, damit das Depot wieder freigegeben wird. Das muss man vorher vereinbaren, ganz wichtig und viel Erfolg dabei.